Ja, klar. Und ich spiele ein Spiel mit meinen Freunden. Wir geben uns immer so zur Weihnachtszeit 24, wenn ich du wäre, Aufgaben. Höre zwei Stunden, drei Fragezeichen auf Shuffle. Und das ist richtig Horror, weil die Kapitel auf Spotify sind jetzt ja alle so kurz. Also nach zwei Minuten und dann shuffelt der zwei Stunden lang durch alle 200 Folgen. Naja, also wenn ich jetzt Justus sagen würde, wäre es ein bisschen kitschig, aber dadurch, dass ich natürlich auch in der Welt der Kids Justus bin, ist mir Justus ans Herz gewachsen und ich bin irgendwie mit ihm verschmolzen. Ich habe mich für ein Tantromsee entschieden, weil das die Lieblingsfolge meines Bruders ist. Ich widme sie meinem Bruder.